Hey, ich zeige euch auf Solar, wie ihr heute außerhalb der Map könnt. Und der Bild funktioniert leider nur in Exos Survival, wenn man hier mega lange schweben kann. Das finde ich eigentlich schade. So, ich werde jetzt erstmal die erste Runde hier machen, schnell. So, der letzte Spastilien haben wir jetzt aufgefunden. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr außerhalb der Kameraden laden könnt. Als erstes Fall, ich spreche hier hin. Du machst Doppelsprung nach hinten. Du musst so ungefähr an der Höhe sein. Dann schwebt ihr nach hier und hier rauf. Es klappt in Online-Modus, glaube ich, mit Kletterhack mal auf. Dann müsst ihr hier lang, hier hinspringen. So, dann müsst ihr hier zwei Mal Doppelsprung machen. So, dann nimmt ihr Anlauf, dann rennt ihr, drückt einmal x-boosten, x-boosten. So, dann seid ihr auf dieses Teil und dann eigentlich nur noch runterspringen. So, und jetzt seid ihr außerhalb der Karte. Und nicht auf dem Sand laufen. Ja, wenn ihr hier auf diesem Sand läuft, dann... Seid ihr gefickt. Genau, dann schirrt ihr. Es sei denn, ihr könnt es. Gut, also bei manchmal klappt es, dass du dann einfach am Leben bleibst. So, ich habe jetzt natürlich voll verkackt. Und ja, das war der Glitch. Peace.